Hallo und herzlich willkommen. Heute üben wir Temporalsätze. Ich weiß noch nicht, wann ich komme. Als ich heute zur Arbeit fuhr, fielen viele Züge aus. Wenn ich in Deutschland war, ging ich immer auf den Weihnachtsmarkt. Als ich vor zwei Wochen in Deutschland war, ging ich auf den Weihnachtsmarkt. Wenn ich wieder nach Berlin fahre, besuche ich meine Freunde. Als es gestern regnete, kaufte ich einen Regenschirm. Wenn es heute regnet, habe ich einen Regenschirm. Wann soll es heute regnen? Tschüss, mach's gut und bis bald.